Kniet euch parallel nach unten ab, streckt den rechten Arm gerade nach vorne und streckt das linke Bein nach hinten aus. Wir bewegen gleichzeitig das linke Bein nach hinten hoch und den rechten Arm ebenfalls nach vorne hoch. Achtet darauf, auch hier wieder, dass die Wirbelsäule nicht nach unten durchhängt, sondern dass wir hier einen kompakten, stabilen, geraden Rücken haben. Fertig? Drei, zwei, ready, und go! Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, und sieben, und acht, neun, zehn, zehn mehr, zehn, neun, acht, schön, sieben, kannst ruhig ein bisschen tiefer gehen, sechs, tief, fünf, tief, vier, tief, jawohl, drei, kannst ruhig tiefer gehen, zwei, und der letzte, eins. Kurz auslockern, sofort Wechsel auf die andere Seite, fertig, drei, zwei, und es geht los, und eins, langsam, zwei, langsam, drei, langsam, vier, sehr schwer, fünf, macht dann einfach ohne weiter, sechs, sieben, zehn, schaffst noch, acht, neun, und der letzte, zehn ohne weiter, und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und der letzte, und gut.